ich klopfe mal auf holz und sage hi und zwar habe ich noch gar nicht dankeschön gesagt für die 9000 abonnenten ich bin ja sowas von begeistert das könnt ihr euch eigentlich gar nicht vorstellen ich mache ja eigentlich nichts weiter als nur gitarre spielen und singen und bin total dankbar dass ihr das so toll findet und sich immer mehr abonnenten ein gemeinden sozusagen in unsere tolle gemeinschaft hier auf youtube also vielen 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 dank dafür ich bin leider etwas angeschlagen wie ihr hört ich bin total heiser ich habe ein bisschen halsschmerzen und nutze halt heute mal die gelegenheit und werde leider kein lied hochladen vielleicht gleich so ein kleines kratziges aber mal gucken ich muss mit meiner stimme ja noch viel anfangen also lieber schon egal jedenfalls an euch super top dankeschön 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 ich hoffe ihr bleibt mir noch lange erhalten ich sag mal an dieser stelle schon mal tolle vorweihnachtszeit super weihnachtsfest wünsche ich euch und natürlich auch einen guten rutsch und dass alle guten vorsätze fürs neue jahr euch in erfüllung gehen werden also viel viel gutes wünsche ich euch oder uns und diesem kanal natürlich auch also macht's gut tschüss